Wenn ich viele Dateien im Winx Patinum importieren möchte, habe ich die Möglichkeit, die Ordnerstruktur der Festplatte zu übernehmen. Ich klicke dazu auf die Registerkarte Bilder im Media Pool, öffne im Explorer den Ordner, markiere die Ordner, die ich importieren möchte und ziehe sie nicht hierher auf dem Media Pool, sondern auf die Registerkarte Bilder. Jetzt werden die Medien, die Fotos, ins Projekt importiert und die Ordner auch in meinem Projekt übernommen. Es handelt sich dabei nach wie vor um virtuelle Ordner, das heißt, wenn ich jetzt in meinem Projekt die Bilder von einem Ordner in einen anderen ziehe, hat das keine Auswirkung auf den Speicherplatz auf der Festplatte.